hallo ihr lieben ich möchte hiermit mal wieder einen stream ankündigen ich möchte jetzt dann so schnell wie möglich circa um 14 uhr 45 wieder sprout stream ich habe dem pack ordentlich mehr arbeitsspeicher gegeben und hoffe dass es diesmal dann noch etwas performanter läuft als beim letzten mal und ich freue mich sehr darauf dieses pack weiter zu spielen das war beim letzten mal sehr sehr spannend ich hoffe ihr seid mit am start ich packe euch den link zum stream natürlich wieder in die beschreibung bis dann